Moin seins und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Breakforce. Wir zocken heute auf dem MAP Sniperhead und als Waffentest habe ich heute die Adlaugen am Brust selten. Und professionell wie ich bin, ich habe die ganze Fahrt von Training zurück überlegt, was ich heute testen könnte oder beziehungsweise was mein Thema ist. Und ja, ich sag euch was, heute möchte ich mal über meinen Dad reden, weil mein Dad hat wieder eine Schote geleistet, das wäre übrigens auch die Story des Tages. Und zwar, ich habe jetzt seit drei Jahren jeden Tag, beziehungsweise jeden Mittwoch, ich nehme es ja gerade am Mittwoch auf, rauskommt wird es dann am Freitag. Jeden Freitag, immer zur achten Stunde aus, aber dafür halt zur zweiten. So, jetzt sitze ich heute, achte Stunde Latein, ganz gechillt, da auf einmal klingelt mein Stein, denn ich habe ja kein Handy, sondern eher einen Stein. Und mein Vater fragt mich, ja Olli, Mensch, wo bleibst denn du? Und da bin ich, also, bevor, übrigens, das muss ich ja noch erzählen, ja, bevor ich überhaupt rausgegangen bin, ich habe mir so das klingelnde Handy gestabt, wollte so aus dem Klassenzimmer rennen. Und da musste mich mein Lehrer richtig festhalten. Weil ich war schon so, mir da drin ranzugehen, dass ich gar nicht mehr, dass ich total vergessen habe, dass es überhaupt, äh, gerade Unterricht ist. Aber egal, jetzt mal kurz, äh, zurück zur Story. So, dann frag ich mir, jedenfalls, wo ich denn bleibe. Oh, wie behindert ist die Waffe denn bitte? Jedenfalls, wo ich bleibe... Boah, der Junge kann nix außer Hardscopen. Und die Waffe ist... Oh, ohne Spaß, dass der ist selten, würde ich den wegficken, ey. So, und, äh, ja, dann... fragt er mich, so, ja, wo bleibe ich denn? Ich so, Fatih, ich habe noch Unterricht, während Unterricht rufe ich ihn gerade an. Und, er so, ach ja, stimmt, hatte ich vergessen. Äh, aber wenn man Demenz hat, ist das schon ein bisschen schlecht wahr? Nein, er hat keine Demenz. Aber so wie er manchmal sich Sachen merkt, ist das schon traurig. Mann. Also, sag mal so, Leute, wer mit der Waffe spielen kann, von mir aus, aber ich kann mit der nicht spielen. Ich brauche meine Snakes, äh, Gold, beziehungsweise Snakes selten. Mit der Waffe kann ich echt nix. Vor allem, ich habe den doch genau im Visier. Ich schieße und er take kein Damage. Und Hardscoppt mich. Na gut, und, äh, ja, und dann würde ich gerne noch das weiterreden. Und zwar hat mein Vater heute es tatsächlich geschafft, einen neuen Rekord aufgestellt, andere Autofahrer anzuhupen. Und zwar, ihr müsst ja wissen, mein Vater hat ja einen sehr aggressiven Fahrstil. Und wenn er seinem aggressiven Fahrstil ausgebremst wird, dann geht's immer, nix, Arschloch. Und, äh, äh, jetzt, jetzt bin ich noch an, mich in Fahrt verloren. Ah ja, genau. Und, ja, da, ähm, hat er heute noch einen Rekord aufgestellt. Er hat während einer halbstündigen Fahrt, er hat während einer halbstündigen Fahrt, fünf Leute angehubt. So viel hat er noch, das hat er noch nie geschafft. Das ist so extrem. Und das habe ich noch nie erlebt. Das war wirklich so, da hat sich ein Auto leicht vorher gesetzt. Ach, schlauch. So ging das mit der Einer Tour durch. Och, Lappen. Ey, wenn ich... Ohne Witz. Wenn ich die besten Snipe hätte, würde ich One-Shat-Bahn, aber die Snipe einfach behindert ist, machst du einfach gar nichts damit. Ich würde nie freiwillig mit dieser Random-Waffe spielen. Ich bin's dir, kommt hier. Boah, Alter, mitten im LP, Really? Falls jetzt irgendjemand denkt, ihn zu melden, das ist der Cousin von seinem Freund, Der muss da kurz was drauf machen Weil der noch gestern zu mir Ähm Gut, Leute, dann würde ich sagen Ich quatsche noch ein bisschen so im Chat rum Und chatte den kurz noch zurück Ja, was kann ich noch sagen Ich muss da ganz kurz was gucken Habe ich? Nein, habe ich nicht Ich brauche meinen Brick Doch, meinen Brickforks habe ich angelegt Boah, die kann ich eigentlich mal alle löschen, ey Warte, das ist mir zu langsam, ey Wie hier? Warte Die kann man hier, na? Okay So, das darfst du jetzt schneller gehen Hä? Löscht der? Ah Also Löschung hat ja wirklich grandios funktioniert Aber wirklich richtig Premium Vor allem mit allen löschen Ich habe noch nie so etwas Grandioses gesehen Bitte Regalene Etwas Bitte Chips Waffen Also ihr seht, Leute, deutsche Sprache Schwierige Sprache Probiert es besser nicht Boah Leck Scheiße Und was auch noch was What? Baumeisterversorgung Alter Wie viel Hunderttausendmal Hunderttausendmal Alter Schede Alter Sind gar nicht mal so Scheiß Sachen Was ich noch gerade zeigen wollte Bei so einem Angebot Ihr seht, es gibt alles nur für Tokens Auch wenn Brickforks Insolvenz angemeldet hat Alles, was früher für Forstbinder war Ist jetzt für Token Das finde ich extrem scheiße Also gut, Leute Das war's auch dann von mir Haut rein und wir sehen uns beim nächsten Video wieder Lasst ein Abo da oder sowas Ciao Ciao